Sie erkannt jeden aus Düsseldorf, 83 Kilo. Aus Gießen kommt ebenfalls ein zweifacher deutscher Meister mit 87 Kilo, Viktor Kraus. Der nächste Teilnehmer aus Hanau hat eine längere Pause, ein hervorragender deutscher Meister mit 98 Kilo, Ralf Herkert. Er ist nicht verwandt mit der Martina oder mit dem Detlef oder fast Ralf Herkert aus Hanau. Aus Gießen der amtierende deutsche Meister im leichtes Schwergewicht mit 92,5 Kilo, David Walle. Er war einer der besten Junioren, jetzt deutscher Meister mit 22 oder 23 ist er erst. Ein Hoffnungsträger, ebenso ein Hoffnungsträger kommt jetzt. Der amtierende Gesamtsieger der deutschen Meisterschaft, amtierend aus Gießen mit 111 Kilo, David Hoffmann. Applaus 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 Applaus